Heute hat er darum gekämpft und seitdem zucht er auch selber Kartoffeln oder mir zuchten Kartoffeln, weil wir damit einfach auch als Landwirt selbstständig sein wollen und nicht immer von großen Satt und Konzernen abhängig zu sein müssen. Habe ich Ihnen beim Rechen rausgesucht, sehen Sie das? Ja. Ja? So sehen Sie aus sozusagen, wenn Sie nicht geschädig gekocht sind, ja? Genau, jetzt geht nämlich die Violetta rum. Genau, das ist was für eine, ja? Ja, besonders festkochende, sehr leckere Worte, die auch ein bisschen pustigeres abnehmen. Sieht einen sehr intensiven Geschmack. Und ja, Kartoffeln ist halt sehr vielfältig, ich muss nicht mal nur gelb sein.